Hallo und herzlich willkommen zum Wachtel Weihnachtskalender mit der Adventsbox vom Wachtelshop. Heute ist der 5. Dezember und das heißt am Kalender haben wir heute alle schon das fünfte Türchen geöffnet. Und wir werden hier, wie in den letzten Tagen, das fünfte Säckchen öffnen. Ich möchte auch das tun, auch gar nicht so lange. Ich habe nämlich gestern die Nummer 5 schon in der Hand gehabt. Und ihr merkt es, so ein bisschen habe ich noch zu tun, aber es geht mir heute deutlich besser als gestern. Hier haben wir die Nummer 5. Das fühlt sich wieder nach Kräutern an. Wie gesagt, unser Haus riecht, seit wir die Kiste stehen haben, sehr gut nach Kräutern. Ich habe hier gleich auch das Etikett dazu. Und zwar handelt es sich hierbei um den Blütenmix mit 6 verschiedenen Kräutern und Blüten. Kann täglich zur feinen Aufnahme angeboten werden. Tipp, bieten Sie mich einfach in einem Extraschälchen oder einem extra Futtertruck an. Sie werden sehen, dass sich die Tiere genau die Menge nehmen, die ihr Körper gerade benötigt. Das Ganze enthält Ringelblumenblüten, Lavendelblüten, Kornblumenblüte, Rotkleeblüte, Kamillenblüten und Rosenblüten. Also für mich als Laim zumindest Ringelblume, Lavendel, Kamille. Das sind so für mich oder sind mir bekannte Kräuter, auch Heilkräuter. Und ja, zeige ich euch das mal kurz, wie das hier heute aussieht. So, sehr schön farbig und bunt kann ich mir gut vorstellen, dass die Wachteln darauf reagieren. Und wie gesagt, die Verkostung selber hole ich nach, um mich in meinem jetzigen Zustand nicht zu sehr zu beanspruchen. Aber die Videos dazu kommen alle nach. Wir haben heute den zweiten Advent und ich wünsche euch noch einen schönen Adventsabend ganz in Ruhe mit euren Lieben und auch mit euren Wachteln. Und wir sehen uns morgen zu Türchen Nummer 6 und schauen mal, was der Nikolaus morgen für die Wachteln mitbringt.